Hi, heute gibt es mal wieder eine Folge Everdale und ja, wie ihr seht, ich habe gerade einiges an Gold mal wieder, oder für meine Verhältnisse zumindest und hoffe, dass ich das mit Ortsides ein bisschen mehr machen kann. Ich habe drei Cotton, nochmal. Dann Stein, reicht auch aus. Holz, okay, passt. Dann kann ich wieder alles abschließen, heute sogar. Sehr, sehr nice. Dann kriege ich hier gleich eine Kiste. Meine Rollen habe ich übrigens alle aufgebraucht, wie ihr gerade seht. Also ich kriege jetzt 54 wieder dazu, hatte aber gerade 0. Ja, ich habe ja auch in der letzten Folge viele bekommen, habe ich einfach halt aufgebraucht. Ja, wieso nicht, habe ich mir gedacht. Drei Gems und 218 Coins, okay, sehr nice. Seit langer Zeit, über 2000 Coins mal. Ja, also hier gerade im Dorf baut einer Holz ab. Einer kann hier das Clay Storage upgraden. Und zwei Farben hier super und der andere Villager, der ist hier am Weizenfeld. Ich kann hier wieder diese Honey Cookies abholen, sehr nice. Und mache mir dann wieder mehr Brot, würde ich sagen. Das kann man immer gut gebrauchen. Dann schaue ich mal hier bei den Schiffen rein. Sunflower, okay, da kann ich eigentlich gleich drei raushauen. Und dann schaue ich erstmal nochmal hier, ob ich da noch was machen kann. Okay, da wurde schon alles angenommen. Dann kann ich hier nochmal die Brötchen machen. Jetzt habe ich 2300 Gold. Ich würde sagen, ich bezahle hier mal ein Upgrade im Dorf davon. Und den Rest haue ich dann für Tasks raus. Wie viel kostet das? 770. Und das kostet mehr. Also mache ich das. Wenn ich schon mal so viel Kohle habe. Oder ne, komm, ich bezahle das auch noch schnell. Ja, mache ich noch schnell. Ich habe dann eh noch genug für die Valley. Ja, wir haben jetzt Tester fertig gebaut. Die Farmers Guild sind hier gerade noch am Bauen. Okay, da fehlen noch die teuren Tasks. Die teuren Gold Tasks. Die werde ich da wahrscheinlich jetzt gleich mal machen. Oder so weit wie es geht halt. Wie gesagt, oder in der letzten Folge schon gesagt, das Grand Monument bauen wir nur so nebenbei sozusagen mit. Und wenn man mal was raushauen will. Wenn man zu viel hat. Und hier den Potion Maker upgraden gerade. Da sind sehr teure Stein Tasks auch mit dabei. Muss ich mal schon, ob ich dann auch mal eine annehmen kann. Aber wenn dann eher morgen. Weil für heute bin ich schon ausgeplant. Ja, lassen wir hier erstmal die Gold Tasks. Machen wir erstmal das hier noch gar. Da mache ich mal so viel wie geht. Okay, und hier verreicht es noch nicht mehr dann. Und jetzt habe ich hier auch gerade wieder freigeschaltet. Okay. Construction Tokens. Ah, das sind dann die Tokens hier. Ja, okay. Die gehen bei mir eh nie leer, muss ich ehrlich sagen. Oder so gut wie. Naja, egal. Wenn ich einen mehr habe, ist ja besser als nichts. Ähm. Ja. Genau. Dann. Weiß ich jetzt schon wieder nicht, was ich machen soll im Video. Das Video läuft drei Minuten oder vier. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es wird sich ja immer so viel gewünscht, dass ich Everdale Videos mache. Aber ich weiß halt nie, was ich da so wirklich machen soll. Ich spare mir teilweise ein bisschen was an. Heute zum Beispiel viel Gold. Aber das ist dann auch schon wieder schnell erledigt. Ja, also wenn ihr Tipps habt, wie ich die Folgen vielleicht verlängern kann, so. Ich hätte ja gerne so neun Minuten Folgen immer, aber das geht nicht immer. Oder zehn Minuten Folgen halt. Ähm, ja. Wie gesagt, ist ein bisschen schwer, wenn ich nicht karten kann und so. Also könnt ihr da gerne mal Tipps in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Ich spare mir ja schon immer einiges an. Wie gesagt, ich veränderhole mich nur noch. Ähm. Ja, ich kann euch mal schnell hier zeigen, was ich erforscht habe. Ich habe die beiden Trinke hier erforscht. Und als nächstes muss ich und werde ich dann auch das hier erforschen. Wahrscheinlich über Nacht dann. Vielleicht erzube ich dann auch einen Trank über Nacht. Weil ich lasse dann meistens ein Suppe farmen und die anderen machen was anderes im Dorf. Oder halt außerhalb des Dorfes. Und dann ist meistens so, dass die Suppe schnell leer wird. Und dann dauert es halt länger. Dann kann da schon mal dran stehen, dass es 17 Stunden dauern wird, was zu verwaschen. Und dann kann ich hier so einen Trank den aktivieren. Ja, dann würde ich sagen, aber war es das eigentlich auch schon wieder in meinem Video. Das kann ein Like und ein Abo da und ciao.